Aloha meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserer Soul Couple Journey, mittlerweile Folge Nummer 51. Wenn auch Du Dich in einer Seelenpartnerschaft oder in einer Dualseelenpartnerschaft mit jemandem befindest oder aber auch mit einem solchen Mensch in einem solchen Prozess steckst, aber vielleicht gerade keinen Kontakt zu ihm oder zu ihr hast oder Du auch Single bist und Du gerne einen Seelenpartner oder eine Dualseele in Dein Leben ziehen möchtest, dann bist Du hier vollkommen richtig bei dieser Videoserie. Und wie immer schaue ich für Euch genau sieben Tage in die Zukunft, um zu gucken, was die Energien denn so bringen. Und wenn es Dich interessiert, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my Lovelies, schön, dass Ihr dran geblieben seid. Schön, dass Du hier vielleicht auch zum allerersten Mal auf meinem Kanal Magical Skills bei Karo Taro geführt wurdest. Wenn dies der Fall ist, ist es auf jeden Fall kein Zufall, sondern pures Schicksal, dass es hier definitiv ein paar wichtige Botschaften für Dich gibt, die Dich eben auch über mich erreichen sollen. Ja, meine Lieben, ich möchte mich hier ganz herzlich auch nochmal bei Euch bedanken für die vielen Aufrufzahlen. Denn auch meines letzten Wochenvideos von der Soul Couple Journey freut mich wirklich extrem, dass immer mehr Menschen sich auch für diese Legung interessieren. Und vor allem eben auch für das, was dahinter steht, nämlich eben Seelenpartnerschaften und Dualseelenpartnerschaften. Und wie ich das schon in meinem Intro angekündigt habe, bist Du hier eben auch vollkommen richtig, wenn Du eben es mit einem solchen Menschen zu tun hast. Auch wenn Du mit diesen Begrifflichkeiten nicht viel anfangen kannst, beziehungsweise diese vielleicht schon gar nicht mehr hören kannst, kann ich das absolut verstehen. Aber dann ziehst Du halt trotzdem rein im Hinblick auf die Richtung, dass es eben hier um eine sehr spezielle Verbindung zu einem sehr besonderen Menschen geht, mit dem Du eben auch auf telepathischer Ebene verbunden bist und wo eben auch eine ganz tiefe Seelenverbindung zwischen Euch beiden vorliegt. Du bist hier auch ganz richtig, wenn Du Single bist. Denn oft ist es so, dass in diesen Legungen sich auch neue Partner anzeigen, die sich sozusagen jetzt schon auf dem Weg zu Dir befinden. Das kommt halt immer ganz darauf an, in welchem Entwicklungsprozess Du selbst bist. Und wenn Du eigentlich gar kein Interesse hast an einem neuen Partner und Du sagst, Du bist hier vollkommen glücklich mit Dir selbst, dann ist es auch schön, dass Du hierher gefunden hast. Denn es ist so, dass, wie Du siehst, es ja hier eine weibliche Polarität gibt, nämlich einmal die Herrscherin und wir haben hier den Herrscher als die männliche Polarität. Diese beiden Charaktere haben sich sozusagen selbst ausgesucht in der ersten Folge. Da kannst Du auch gerne mal am Ende dieser Legung in die Playlist reinschauen und Dir vielleicht auch noch weitere Videos ansehen über diese Soulcouple Journey, wenn Dich vielleicht der Titel cached oder vielleicht auch die Zahl. Auch das macht es manchmal aus. Und jedenfalls ist es so, dass ja jeder Mensch auch ein weibliches als auch ein männliches Prinzip in sich trägt und Du diese Legung eben auch rein für Dich selbst eben auch ansehen kannst, um zu gucken, wie steht denn gerade Deine Polaritäten in Dir so nach außen hin. Okay, dann möchte ich nun ganz gerne wie immer eine Runde räuchern. Ich kämpfe gerade noch mit meinem Mikro. So, jetzt habe ich es alles nicht so leicht. So, lieber Spirit, ich bitte Dich um Deinen Schutz und ich bitte um ein klares, deutliches Reading für unsere Soulcouple Journey für die nächsten sieben Tage und ich bitte um Anwesenheit meiner lichtvollen Geiz. Vielen lieben Dank. Ja, diese wunderschönen Karten, die ich jetzt hier schon ausgelegt habe, heißen The Good Tarot. Falls Du Dich dafür interessierst, findest Du die Verlinkung in der Infobox. Die Infobox wiederum findest Du da, wo der Videotitel steht. Da gibt es so ein kleines Wörtchen, das heißt mehr. Und wenn Du da drauf klickst, öffnet sich nochmal wie so eine Art kleines Fenster und da musst Du nochmal das Wort mehr suchen. Und wenn Du da drauf gehst und dann öffnet sich erst die komplette Infobox und da findest Du eben auch weitere Informationen über meinen Kanal als auch die Verlinkung dieser Karten. Vielleicht hast ja auch Du Lust, mit in meine Telegram-Gruppe reinzuspringen. Hier hast Du auf jeden Fall die Möglichkeit, Dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und auch hier freue ich mich über jede Person, die neu dazukommt. Also vielen lieben Dank für den rasanten Wachstum in den letzten paar Wochen. Das ist echt mega, weil auf Telegram gibt es wirklich sehr, sehr viele unfassbar gruselige Gruppen. Und wenn Du vielleicht halt einfach mal Lust hast, in eine gescheite Gruppe einzutreten, dann komm doch gerne zu uns. Und ansonsten, falls Du Interesse an einer privaten Legung hast, kannst Du Dich auch sehr gerne an mich wenden. Und zwar am besten machst Du das über die E-Mail-Adresse und diese lautet sie.caro.taro.gmail.com Dazu kann ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe leider erst wieder ab Mai Termine für private Legungen frei. Ich bin auch ab nächste Woche in Urlaub und ich hoffe, dass ich es noch schaffe, euch noch ein paar Videos vorab aufzuzeichnen, damit ich eben auch die nächsten zwei bis drei Wochen euch auch mit Videos beglücken kann. Okay, meine Lieben, dann schauen wir mal an, was zeigt sich hier für die weibliche Polarität und was geht es hier in den nächsten sieben Tagen? Wo befindet sich gerade die Herrscherin auf dem Weg zu ihrem Herrscher hin? Was möchte sich hier zeigen? Wow, und wir haben hier einmal das Ast der Kelche und wir haben den Ritter der Schwerter und eine Karte bitte noch. Und wir haben die zwei der Stäbe. Wow, 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 wow. Okay, und auf der Seite des Herrschers, was zeigt sich da? Wo befindet er sich in den nächsten sieben Tagen? Hoch auf dem Weg zu seiner Herrscherin und wir haben hier einmal die vier der Erde und die ist einmal abgestürzt. Wow, wir haben hier die acht der Erde und eine Karte bitte noch, wenn es geht. Eine Karte für den Herrscher. Okay, das sind, glaube ich, zwei, oder? Nee, das ist wirklich eine. Und zwar haben wir hier den Gehengten und Leute, wir haben im Outcome ein weiteres Ast. Das bedeutet, wir schauen hier in den nächsten sieben Tagen auf zwei Asse. Das ist sehr, sehr schön. Okay, zwecks der Zusatzkarte fiel es mir dieses Mal recht einfach und zwar nehme ich auch hier wieder diese wunderschönen, ich mache gerade mal das Licht an, ich glaube, es ist einfach schon wieder zu dunkel, diese wunderschönen Unicorn-Karten, die ich auch schon für die Monatslegung für euch benutzt habe. Also, falls du noch nicht deine Monatslegung für deinen Sternzeichen Mond, Venus oder Aszendent angesehen hast, kannst du dies jetzt gerne tun. Alle zwölf Sternzeichen sind hochgeladen und ich empfehle auch, um einen möglichst genauen Rundumblick für dich zu bekommen, trotz Kollektivlegung dir auch unbedingt noch neben deinem Sternzeichen eben noch den Mond, Venus und Aszendent und auch Deszendent hier auf meinem Kanal anzusehen. Okay, dann möchte ich nun ganz gerne wissen, was verbindet euch beide in den nächsten sieben Tagen? Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Was verbindet euch in den nächsten sieben Tagen? Um was geht es hier? Welche Botschaft darf ich hier überbringen? Um was geht es hier? Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Karten. Okay, ich nehme sie aber. Es wird schon einen Grund haben. Und zwar haben wir hier einmal Not A Clock, sondern Time. Also, es geht hier auch um den richtigen Zeitpunkt tatsächlich. Und wir haben Not A Horse, sondern Direction. Und ich weiß ganz genau, dass diese Karte hier auch schon in einer Monatslegung fiel. Und zwar, genau, es ist der Skorpion. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist ja sehr interessant. Also, wir haben hier einmal, also, im Grunde ist es eine Botschaft. Nämlich, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um den Weg, den du jetzt gerade beschreitest, hier weiter zu beschreiten. Denn tatsächlich, meine Lieben, selbst wenn du jetzt hier als Single zu mir gefunden hast und drangeblieben bist, was ich schon extrem feiere, weil es mir halt einfach zeigt, dass du erstens mal Interesse an dir selbst hast und nicht immer nur an anderen. Also, Interesse an dir selbst, was deine weibliche und deine männliche Polarität so tut. Und zweitens auch, dass du eben auch ein gewisses Urvertrauen in dir besitzt, nämlich, dass du dich auch wirklich darauf verlässt, dass der nächste Partner, den du in dein Leben ziehen wirst, eben auch jemand Besonderes sein wird. Und das unterstreichen auch hier nochmal im ganz Klaren diese Karten. Diese Karten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich zeige es euch jetzt gerade mal. Und es ist eigentlich fast unmöglich, dass man die gleiche, dass man fast das gleiche Bild hier zieht. Aber wie ihr seht, ist es fast die gleiche Dame hier auf einem Einhorn. Und was auch immer hier zwischen euch beiden vorgefallen ist oder auch noch zwischen euch vorfallen wird, in den nächsten sieben Tagen ist das Timing perfekt, damit ihr beide euch eben entweder aufeinander zubewegt weil mit Direction ist eben auch hier angezeigt, wie ich das bei Skorpion auch schon gesagt habe, dass sich hier also jemand auf deine Führungsqualitäten verlässt, also auf deine Skills, auf dein Know-how, was du dir angeeignet hast im Laufe deines Lebens. Du bist also in der Lage, jemanden hier zu steuern beziehungsweise durch das Leben zu delegieren. Ja, weil ein Pferd wird ja auch von dem Reiter geleitet. Und das Pferd bestimmt nicht den Weg, sondern der Reiter. Und so ist es hier eben auch gedacht. Und vielleicht gab es zwischen euch beiden auch Zeitverzögerungen oder es kam vielleicht hier auch ein Treffen nicht zustande, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Möglicherweise hast du auch, wenn du dich in einer EO oder in einer Partnerschaft befindest, derzeit eine kleine Krise mit deinem Partner, dass ihr euch eben, also eine Krise ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber jeder hat so seine Bereiche, wo er sich momentan sehr extrem drum kümmert. Weil, wie ich das auch schon in meiner Community einmal in einem Beitrag beschrieben habe, ist es ja so, dass es im März um eine Aufbruchsstimmung geht. Und mit dieser Energie knallen wir sozusagen in den Frühling hinein. Aus dem sehr, sehr langen und dunklen Winter ist jetzt sozusagen die richtige Zeit, sich hier aufeinander zuzubewegen beziehungsweise auch die Führung an jemand anderen abzugeben. Also du kannst dich hier auf dein Gegenüber verlassen, dass er weiß, was er tut und dass er eben auch, wie ich das eben schon gesagt habe, die Skills und das Know-how besitzt, dich eben als Guide sozusagen durch das Leben zu führen. Also das kannst du dir aber wirklich immer umdrehen. Also egal, was ich jetzt sage, du kannst dir jede Seite spiegeln. Ja, weil darum geht es immer auch bei Seelenpartnern und Dualseelenprozessen, weil diese Menschen halten uns ja ungefragt halt einfach den schlimmsten oder auch den schönsten Spiegel sozusagen vor Augen. Und also auch du, wenn du jetzt hier als Frau zusiehst, bist eben hier in der Lage, eine Führung zu übernehmen. Also du weißt sozusagen deinem Gegenüber den richtigen Weg in die richtige Richtung, nämlich zu dir hin. Und falls du vielleicht wirklich in deinem Real Life einen Job hast, wo du vielleicht Guide bist, in dem du vielleicht Menschen auf irgendwelchen Reisen begleitest, da gibt es ja sehr viele Jobmöglichkeiten, das kann hier eben gut der Fall sein, dann darfst du dich hier doppelt angesprochen fühlen. Ja, ansonsten haben wir auch hier nochmal sozusagen den Pegasus oder auch das Einhorn hier nochmal auf dieser Karte mit dem Ast der Schwerter. Und hier geht es eben auch darum, dass jetzt eben mit dem Ast der Schwerter, also mit dem Schwert von dem Erzengel Michael, jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass man hier zueinander geführt wird und hier entweder ein klärendes Gespräch führt oder aber, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, Fakten zu, also dass jetzt einfach Zeit für Fakten ist. Ja, also dass jetzt, egal was passiert, dass das eben von oben so orchestriert war und dass ihr beide zur rechten Zeit am rechten Ort sein werdet. Ja, das kann man mehr oder weniger jetzt eben in dieser Deutung so sagen. Und was ich hier halt auch sehe, ist, dass wenn du eine sehr lange Zeit in Unklarheiten warst, was deine Liebesangelegenheiten angeht, weil das nehme ich hier halt eben so wahr, dass dieses Pferd von einer Ebene in eine andere Ebene übergeht, in die Klarheit vor allem übergeht, dass jetzt eben auch der richtige Zeitpunkt für dich ist, eben wie gesagt, um eine Klärung herbeizuführen und eben auch, dass dir deine Zukunft, die dir vielleicht bisher wie so ein Schleier vor deinen Augen vorkam, dass sich dieser Schleier jetzt lüftet, ja. Und du eben zumindestens mal bis in eine gewisse Zeitspanne hier auch in die Zukunft sehen kannst oder auch im Gespräch oder auch im Kontakt mit deinem Gegenüber hier es eben zu Klarheiten kommt. Also eine ganz, ganz tolle Energie. So, was haben wir denn hier an Arcana-Karten? Wir haben jetzt den Gehengten und das war's. Aber ansonsten haben wir trotzdem noch sehr hohe Karten hier. Und jetzt beginne ich wie immer mit der weiblichen Polarität. Und zwar haben wir hier das Ast der Kelsche. Wir haben den Ritter der Schwerter und wir haben die Zwei der Stäbe. Also es geht hier darum, liebe Herrscherin, dass du, das hatten wir ja schon in den letzten Wochen öfter gehabt und hier schließt sich sozusagen der Kreis, dass du einen sehr guten Zugang zu deinen Gefühlen bekommen hast oder beziehungsweise einen Zugang überhaupt. Ob der jetzt gut ist oder nett ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt, ja. Jedenfalls bist du jetzt hier auch bereit, wieder Gefühle deinem Gegenüber entgegenzubringen oder, falls du noch keinen hast, einem neuen Partner gegenüber zu bringen. Und du bist aber auch bereit, wieder Gefühle zu empfangen. Und ich nehme hier eben auch wahr, mit diesem Seepferdchen und mit der Perle, dass du eben auch sehr viel an dir gearbeitet hast. Also dass dieser Transformationsprozess, in dem du im Jahr 2022 warst, also da waren wir ja alle drin, dass der sich jetzt hier sozusagen für dich zu einem gewissen Punkt eben beendet, in der Hinsicht, dass du eben jetzt hier vielleicht eine deiner Aufgaben eben war, dass du einen guten Zugang zu deinen Gefühlen bekommst und das eben auch über deinen Selbstwert definierst. Das bedeutet, vielleicht hattest du einen schlechten Selbstwert oder ein schlechtes Selbstbewusstsein. Vielleicht hattest du Eltern, die dir das einfach nie beigebracht haben. Oder aber du hast halt durch andere Umstände erst sehr schwer und über einen langen Weg erkennen müssen, was es denn eigentlich bedeutet, Werte für sich aufzustellen und vor allem auch einen guten Selbstwert durch eine gute Selbstliebe in sich überhaupt zu generieren. Ja, weil die meisten Menschen rennen ja da draußen rum und hassen sich einfach nur selbst und hassen deswegen auch andere Menschen oder eben auch ihr Leben. Ja, und ich hoffe natürlich, dass du nicht zu diesen Menschen gehörst beziehungsweise habe ich diesen Kanal auch veröffentlicht, weil ich gerne etwas dazu beitragen möchte nach dem Motto der Städte Tropfen hüllt den Stein, dass du eben liebevoller wirst im Umgang mit dir selbst und eben auch somit mit deinen Gegenübern und somit eben auch dazu beiträgst, dass die Welt eben zu einem besseren Ort wird. Und ich sehe hier, dass du jetzt eben auch den Wert in dir erkannt hast. Also du selbst siehst dich hier als die Perle an. Ja, und du möchtest jetzt auch einen Partner, der dich auch genauso wertschätzt, wie du dich selbst wertschätzt mittlerweile. Vielleicht bist du früher durch Beziehungen gegangen und hast dich wirklich unmöglich von Männern oder von Frauen behandeln lassen oder hast dich eben auch vor allem selbst schlecht behandelt. Aber diese Zeit ist jetzt definitiv vorüber. Das zeigt mir hier auch nochmal das Ast der Schwerter. Also hier ist ein klarer Cut gezogen und dieser Cut ist auch zwischen Winter und Frühling. Also dass es jetzt hier wirklich in eine neue Stufe geht oder eben auch in eine neue Zeitqualität sozusagen. Und du erwartest jetzt auch vom Leben beziehungsweise hoffst du, dass es einen Menschen gibt, der dir gleicht. Also der quasi das absolute Gegenteil von dir ist, aber mit dem du trotzdem gleich schwingt, weil ihr beide eben aus der gleichen Seelenfamilie kommt beziehungsweise wenn du das Glück hast, deine Dualseele treffen zu dürfen in dieser Inkarnation, dann seid ihr ja zweigeteilte Personen, aber ihr seid eine Seele und indem ihr euch wieder findet, vereint ihr euch. Und das ist eben auch hier sozusagen dargestellt mit diesem Seepferdchen und mit dieser Perle. Und vor allem stellt es eben auch dar, dass ihr euch im Wasser befindet, also in euren Gefühlen euch da Freiraum lasst und auch eine ganz tiefe Liebe, die hier eben vorhanden ist, die euch umgibt und euch beide trennt eben nichts. Also zwischen euch beide passt sozusagen kein Blatt. Also es ist hier auch unnötig, wenn du einen solchen Mensch in deinem Leben gezogen hast, dass du dir Sorgen machst, dass jemand anderes besser sein könnte, also dass du eifersüchtig wirst oder irgendwelche anderen niederschwingenden Energien hast, weil das ist nicht notwendig, weil du es weißt, dass dieser Mensch dich genauso wertschätzt, so wie du bist, bist du einfach für diesen Mensch wundervoll. Und das Gleiche denkst du natürlich auch über ihn. Dann haben wir hier noch den Ritter der Luft und dieser redet immer von Nachrichten. Hier geht es um Anrufe, Botschaften. Das können aber auch Impulse sein. Die dich hier treffen. Der Ritter der Schwerter ist eigentlich eine sehr unschöne Energie, weil es hier auch oft mit einer gewissen Impulsivität einhergeht und hier trampelt tatsächlich nämlich auch oft jemand in die Werte oder in den Vorgarten von anderen Menschen ungefragt, nur weil ihm jetzt vielleicht gerade irgendetwas nicht passt. Aber das bekomme ich jetzt hier in dieser Energie so nicht wahr, sondern hier geht es mit dem Ritter der Schwerter darum, dass du eben den klaren Entschluss für dich gefasst hast, dass dir kein Partner mehr in die Tüte kommt, der dich nicht mindestens genauso wertschätzt, wie du dich selbst. Also, dass du es sozusagen hier nie und nimmer mehr zulassen wirst, dass dich jemand dreckig oder schäbig behandelt. Vielleicht kommst auch du aus einer narzisstischen Beziehung und du kannst meine Art, wie ich jetzt hier über diesen Zustand rede, vielleicht hier auch nachvollziehen, weil du nämlich halt einfach am Boden warst und dich hier ein Mensch vielleicht körperlich, seelisch und psychisch derart verletzt hat, weil er hier einfach wie die Axt im Walde durch sein Leben reitet. Und hier hast du über den klaren Entschluss für dich gefasst, dass dir das nie wieder passieren wird und dass du es nur noch zulässt, auch wenn du jetzt gerade in einer Partnerschaft bist und dein Gegenüber hier vielleicht irgendwie Bock missgebaut hat oder sich gerade so ein bisschen im Rückzug befindet oder vielleicht auch du dich im Rückzug befindest, dass du jetzt eben weißt für dich, okay, jetzt geht es wieder weiter für mich, aber eben nur auf liebevoller und gefühlvoller und vor allem auch respektvoller Art und Weise. Also irgendwas anderes kommt dir hier einfach nicht mehr in die Tüte. Und das ist eben auch damit gemeint. Du bist auch sehr straight scheinbar die nächsten sieben Tage. Also du übernimmst auch Verantwortung für dein eigenes Leben. Vielleicht machst du auch irgendetwas alleine, was eben auch diese Herausforderung auch darstellt, dass du eben auch tough bist, dass du dich eben auch nach außen hin klar positionierst. Also du bist jetzt niemand mehr, der wie so ein junges Mädchen da durch die Gegend springt und nur Friede, Freude und Eierkuchen sieht, sondern du bist schon auch eine Frau. Du bist ja immerhin auch hier die Herrscherin, die eben auch alle vier Attribute des Tarots und auch des Lebens hier in sich integriert hat. Nämlich die der Liebe, der Leidenschaft, des Verstandes und eben auch der Gefühle beziehungsweise auch der Finanzen. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, also und auch sehe ich hier, dass dich hier auf jeden Fall eine Nachricht erreichen wird. Und diese Nachricht kann dich auch von einem Luftzeichen erreichen. Also Zwillinge, Wassermann, Waage. Schau da mal bitte, vielleicht ist das hier ein Gegenüber von dir beziehungsweise wenn es hier nicht um einen Menschen geht, geht es hier eben, wie gesagt, um den klaren Entschluss, den du für dich gefasst hast, in Sachen Liebesangelegenheiten, dich hier nie wieder unter Wert zu verkaufen. Und da du dich ja schon von der langen Zeit von dieser Insel wegbewegt hast, auf der du die ganze Zeit auf deiner Wartburg vor dich hingesauert hast und hier auf diesen Mensch gewartet hast, mehr oder weniger, der dich hier ein bisschen unschön hat, auch einfach im Regen stehen lassen, sehe ich hier eben auch, dass du nur unter bestimmten Voraussetzungen hier auch noch mal bereit wärst, dich auf ein klärendes Gespräch mit diesem Mensch einzulassen. Und auch nur dann, und das beschreiben auch hier diese beiden Karten, wenn diese Person hier eine klare Linie fährt, also hier dir ganz klare Ansagen macht, ich möchte mit dir zusammen sein, ich stehe zu dir auch in der Öffentlichkeit und es gibt für uns nur noch den Weg. Du willst keine Wischi-Washi-Beziehung mehr, du willst niemanden, der wie das Fähnchen im Wind ist, also der heute so redet und morgen so, sondern du willst jemanden, der klare Ansagen macht, beziehungsweise dem du klare Ansagen machst und der aber damit auch d'accord geht. Also hier ist nichts mehr, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Auf das hast du gar keinen Bock mehr und das ist ja auch vollkommen verständlich, dass man ab einem gewissen Alter keinen Bock mehr hat auf diese Spielchen und auch vor allem nicht auf diese destruktive Art und Weise eine Beziehung zu führen, die eigentlich letztendlich zu nichts führt, außer, dass man halt eigentlich mehr oder weniger nur eine Freundschaft plus Beziehung miteinander lebt. Ja, also sehr, sehr schön. Und final schließt sich hier deine Seite damit ab mit zwei der Stäbe. Die hatten wir in den letzten Wochen auch öfter schon gehabt. Also das zeigt mir auch, dass du jetzt eben in dieser Aufbruchsstimmung, in der wir ja jetzt im März sein werden, jetzt hier auch deine Zukunft und auch dein Leben ganz generell aus einer anderen, höheren Perspektive betrachtest. Weil du sitzt ja hier auf einer Giraffe, die dir hier, oh Gott ich, mit dieser Lampe den Weg auch leuchtet. Ja, also du siehst jetzt durch dieses Nebelkonstrukt, was wir hier ja auch auf dieser Karte haben, jetzt wesentlich klarer. Und unter anderem wird es auch daran liegen, dass du einfach diesen festen Entschluss gefasst hast. Weil mit jedem festen Entschluss geht auch erst eine Veränderung einher. Wenn wir immer sagen, ach, ja komm, dann mache ich das jetzt halt mal so, also so halbherzig irgendwas daher plappern, dann wird es nie dazu führen, dass du dieses Ziel auch erreichst. Sondern du musst dir, und hier sage ich muss, obwohl ich das nie sage, dir einen festen Entschluss setzen und sagen, ich mache das jetzt so. Und egal wer im Außen etwas anderes behauptet, sagt, tut, macht, es ist mir Bums. Ich mache das, was ich für richtig halte, weil du bist der Herrscher oder die Herrscherin deines Lebens. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens. Und du richtest dich hier eben mit zwei der Stäbe auch auf deine Zukunft jetzt aus. Vielleicht hast du dir auch neue Ideen, neue Visionen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten bekommen, in dieser Winterphase sozusagen, wo du im Rückzug warst. Und jetzt geht es eben darum, dass du durch diese Unklarheiten schreitest und diese klare Zukunft jetzt vor dir liegen siehst und jetzt auch bereit bist, hier alles in Bewegung zu setzen, damit du deine Ziele auch erreichst. Und wenn dein Ziel hier ist, dass du wieder mit diesem Mensch hier in eine Verbindung kommst, dann wirst du das erreichen. Wenn dein Ziel ist, einen Seelenpartner oder vielleicht deine Dualseele in dein Leben zu ziehen, dann wirst du das erreichen. Und wenn du sonstige Lebensziele hast, die vielleicht dein Business betreffen, deine Hobbys, deine Weltanschauung oder whatever, du wirst es auf jeden Fall finden und du wirst auch erfolgreich dabei sein. Aber bleibe dir hier selber treu. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass hier auch deine Emotionen, aber auch dein Verstand mit einfließen, damit du eben dieses Ziel oder diese Vision, die du jetzt hier hier neu erschaffen hast, auch erreichst. Denn der richtige Zeitpunkt ist jetzt da. Du bist hier total fokussiert in eine Richtung und du sagst, hier, da geht es lang, hier lang und nirgendwo anders. Keine Umwege mehr, keine Zeitverzögerungen mehr. Davon hast du mehr als genug in deiner Vergangenheit gehabt. Davon gehe ich zumindest mal sehr schwer aus, wenn du jetzt zu dieser Legung hier gefunden hast. Wow, das ist echt eine krasse Botschaft, meine Lieben. Okay, jetzt kommen wir auf die Seite des Herrschers. Und hier haben wir einmal die vier der Münzen, wir haben die acht der Münzen und wir haben den Gehengten. Also hier geht es um eine sehr erdige Energie. Also wenn du jetzt hier als Mann zu dieser Legung gefunden hast oder auch als Frau zusiehst, wenn es hier um deine männliche Polarität geht, ich bleibe gerade mal kurz bei diesem hier, also wenn es um deine männliche Polarität geht, dann geht es für dich als Frau jetzt darum, dass du deine Visionen und deine Wünsche, die vielleicht hier auch mit dem Business zu tun haben oder mit anderen materiellen Dingen, dass du diese Ideen auch jetzt umsetzt. Also dass du jetzt sozusagen auch in dieses männliche, in die männliche Energie eintrittst, also in die Sonnenkraft, weil die Sonne ist ja das Männliche und die Mondin ist das Weibliche. Und die Sonne als auch die männliche Polarität unterstützt dich jetzt in den nächsten sieben Tagen dabei, damit du deine Visionen, Ideen und Zukunftspläne auch in der 3D-Ebene umgesetzt bekommst. Daran fehlt es ja oft Frauen und oftmals fehlt es Männern an der weiblichen Polarität, also immer an der gegenüberliegenden Polarität. Und um das möglichst in die Balance, in den Gleichgewicht zu kriegen, ist es hier eben notwendig, dass du dir dieses maskuline Prinzip jetzt eben hier aneignest. Wenn du jetzt hier als Mann zusiehst, geht es für dich in den nächsten sieben Tagen darum, dass es hier darum geht, etwas loszulassen. Also ich nehme hier ganz klar wahr mit 4 der Münzen, dass du eben auch noch an alten Gedanken, an alten Wertvorstellungen, an alten Verhaltensmustern oder auch Glaubenssätzen hier noch festhältst. Also hier gibt es ganz klar irgendetwas, was dich ganz stark geprägt hat in deiner Kindheit oder auch in deiner Jugend. Vielleicht war es auch die Prägung hinsichtlich deiner Liebesangelegenheiten in deinem bisherigen Leben. Also dass du vielleicht immer wieder im Grunde die gleiche Art von Beziehung geführt hast, halt nur mit unterschiedlichen Frauen. Oder auch wenn du jetzt zusiehst, als Mann, der auf Männer steht, eben mit Männern. Und dass du dich eben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt hier für dich ist, diese Glaubenssätze, diese alten Verhaltensmuster hier noch mal zu überdenken, diese überhaupt zu erkennen und hier raus, weil auch hier haben wir natürlich den richtigen Zeitpunkt für diese Sache, das eben noch mal neu für dich zu definieren. Das spricht nämlich jetzt hier diese Karte mit 8 der Münzen an. Die 8 der Münzen steht sozusagen für Fleiß. Sie steht dafür, dass du eine sehr lange Zeit sehr fleißig und kontinuierlich an etwas gearbeitet hast. Also du hast dir Wissen angeeignet. Vielleicht hast du auch dir ein neues Hobby angeeignet. Das könnte ja auch ein Instrument sein, was du vielleicht jetzt spielen gelernt hast. Oder dass du dir anderweitig eben deinen Wissensspektrum oder deine Skills hier eben erweitert hast. Aber wie gesagt, du warst lange daran. Also es kann für manche auch die 8 in dem Kontext auch eine wichtige Zahl sein. Vielleicht arbeitest du 8 Monate daran. Vielleicht sogar schon seit 8 Jahren. Das muss aber auch nicht der Fall sein. Es ist ja auch lang genug, wenn man ein Jahr lang an sich selbst arbeitet, um hier vielleicht alte Glaubenssätze zu entdecken oder eben auch sich vielleicht mal bewusst zu machen, weil das Leben einem das ja auch im Außenstände spiegelt, dass man eben Wertvorstellungen hat, die man vielleicht von seinen Eltern oder von anderen Autoritätspersonen in der Kindheit oder Jugend übernommen hat, die jetzt aber überhaupt nicht mehr zu dir passen. Also auch hier ist es so, dass eben auch diese Bewusstseinserhöhung, die sich hier mit zwei der Stäbe für mich zeigt, auch in deinen Karten jetzt hier sozusagen spiegelt. Und auch noch mal mit dem Gehengten, der ja hier an einer goldenen Platte sozusagen kreist. Und Gold steht immer für das Bewusstsein. Also ich nehme hier auch wahr, dass sich dieser Herrscher hier eben auch zu einem, ich sage jetzt mal ganz überspitzt dargestellt, zu einem besseren Mensch entwickelt hat in den letzten Wochen und Monaten. Also dass auch er durch Erfahrungen und durch die Zeit, die verronnen ist, hier eben auch sein Bewusstsein erweitert hat und er vielleicht auch jetzt erkannt hat, falls das jetzt jemand war, der, und das ist ja der Herrscher auch oft, gerade auch in der männlichen Polarität, dass er ein sehr materialistischer Mensch ist, dem eben auch Reichtum und Güter sehr, sehr wichtig sind. Und auch dieses Repräsentieren liebt eben dieser Herrscher. Also das ist schon jemand, der auch gerne Applaus kriegt, der auch gerne sein Ego feiert, weil dieses Ego ist ja eh schon so groß, dass es durch keinen Türrahmen passt, wenn man nicht aufpasst, weil das ist eine der Schattenseiten von Herrscherin als auch von Herrscher. Und dass er eben durch diese Bewusstseinserweiterung, die ihm jetzt hier in den nächsten sieben Tagen eben eröffnet wird, hier für sich auch den Entschluss fasst oder erkennt, dass es eben nicht nur darum geht, dass man sich nicht darüber definiert, was man ist, weil dich jemand fragt, was bist du denn von Beruf und wie alt bist du, was hast du gelernt, auf welcher Schule warst du, also was hast du für eine Bildung und was hast du denn sonst noch so erreicht, was wärst du für ein Auto, wie dick ist deine Wohnung, wie fett ist dein Haus? Also das sind ja einfach nur sehr, sehr oberflächliche Dinge, die nur Menschen beschäftigen, die halt extrem oberflächlich sind oder wenig Tiefgang haben. Leider macht es ja halt nun mal aber den Großteil unserer Menschheit aus. Ja, ich rede deswegen aber so offen hier über diese Menschen, sage ich jetzt einfach mal so, also auch ich schließe mich hier natürlich nicht davon aus, aber ich glaube einfach daran, dass nur die Menschen zu meinem Kanal finden, die mit mir ähnlich schwingen, weil sonst könntest du dir meine Videos gar nicht anhören, du würdest vielleicht auch überhaupt gar nicht verstehen, von was ich hier überhaupt rede, weil dir halt einfach das Bewusstsein dafür fehlt. Und das ist jetzt auch keine, ich möchte jetzt hier niemanden betiteln oder auch niemanden bewerten in dieser Aussage, sondern ich möchte das einfach nur mal in den Raum stellen, weil es halt nur mal genau so ist. Und diesem Mensch wird hier eben auch bewusst, dass hier auch viel Zeit verronnen ist. Zeit, die man hier vielleicht eben eher in die materielle, in materielle Dinge gesteckt hat, wie zum Beispiel, was ich hier halt sehr stark reinbekomme, ist, dass diese männliche Person hier auf dieser Seite jemand ist, der sehr gerne arbeitet. Also ich sage es mal überspitzt, hier vielleicht sogar ein Workaholic ist, ja. Und dass dieser Mensch diese ganzen letzten Wochen und Monate oder vielleicht sogar Jahre eigentlich nur dafür gelebt hat, dass man Geld vermehrt, dass man Stunden kloppt und dadurch eben Geld macht, ja, oder eben Geld sich anhäuft oder andere materielle Dinge sich anhäuft und noch eine fette Karre und, was weiß ich, noch 20 irgendwelche Markenpullis oder noch 100 Paar Schuhe, also so richtig oberflächlich hier eben durch sein Leben gegangen ist, weil er vielleicht früher aber mit diesen Werten aufgezogen wurde. Und auch für ihn geht es jetzt sozusagen in den nächsten sieben Tagen darum, dass man hier erkennt, ob denn diese alten Glaubenssätze, Wertvorstellungen und Verhaltensmuster eben immer noch mit der Person übereinstimmen, die er jetzt ist. Und hierbei wird er das nämlich mit Sicherheit merken, dass dies nicht mehr der Fall ist. Und auch er erhebt sich hier sozusagen aus dem Schleier der Unwissenheit oder aus dem Schleier des Nicht-Vorankommens in Sachen Liebe, ja, weil er hat vielleicht auch festgestellt, dass es auch zum Leben dazu gehört, eine gewisse Portion Mut, Leichtigkeit und aber auch vor allem Freude zu haben, damit man eben auch vorankommt, dass es eben nicht immer nur darum geht, diszipliniert und, ja, halt total ernst und beständig durchs Leben geht. Das ist alles gut und schön und das hat alles auch seine Daseinsberechtigung. Aber wenn Menschen zum Lachen in den Keller gehen beziehungsweise denen nicht einmal ein leichtes Lächeln über die Lippen kommt innerhalb eines 24-Stunden-Tages, dann sollte man sich vielleicht schon mal Gedanken darüber machen, ob man denn irgendwie noch auf allen Platten rund läuft, ja, oder ob man halt nicht komplett in diesem Hamsterrad, wo wir eben auch alle in einem gewissen Kontext auch drin stecken, ob das eben halt immer noch das ist, wofür man leben möchte und ob das nicht einfach nur die pure Zeitverschwendung ist, nur Dinge wie Geld, materielle Güter und andere Prollsachen anzuhäufen, wo man sich eben nach außen hin so toll darstellt und wofür man Applaus kriegt und Aufmerksamkeit. Aber letztendlich sitzt dieser Mann hier scheinbar jeden Abend alleine auf seiner Rolf-Benz-Leder-Couch, ja, und ist halt einfach alleine, ja, weil er halt gar keine Zeit hat, sich hier um die Liebe zu kümmern, auch nicht um dich hier, vielleicht war das auch das der Grund, weshalb er dich hier auf der Wartburg hat versauern lassen, ja, und er es eben auch nicht geschafft hat, durch seine Emotionen zu gehen, um eben auf diese andere Seite zu dir zu gelangen, weil er vielleicht auch einfach andere Ziele hatte als du. Aber das ist ja auch das Krasse an Seelenpartnerschaften und Dualseelenprozessen, dass man eigentlich oft so parallel nebeneinander herläuft, ja, und wie gesagt, ihr könnt euch alles spiegeln, ja, das mache ich jetzt nicht, weil es geht die Legung zwei Stunden, ja, aber irgendwann ist halt auch mal wieder der richtige Zeitpunkt da, dass man eben vielleicht auch hier in die gleiche Richtung schaut und auch mit Direction eben auch diese Führung übernimmt, zu sagen, okay, es geht auch noch um andere Dinge, außer um Geld und Schönheit und Reichtum, ja, sondern ich möchte mein Herz wieder verschenken an eine neue Frau oder eben ich möchte mein Herz an diese Dame hier verschenken, ja, und es kommt mir hier auch so vor, als hätte dieser Mensch, weil wenn ich das jetzt mal kurz mal spiegle, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen, dass dieser Mensch ebenfalls wie du es ein sehr niedriges Selbstwertgefühl hatte, vielleicht noch in dem Moment, wo ihr euch damals kennengelernt habt oder als ihr eben, was weiß ich, in Kontakt gekommen seid und dass er vielleicht auch die ganze Zeit unterschwellig das Gefühl hatte, dass er nicht gut genug für dich sei und er erst dann gut genug für dich ist, wenn er vielleicht 500.000 auf dem Konto hat, den fettesten Mercedes-Pferd, die das geilste Haus hat und vielleicht noch die penetranteste Innenstadtwohnung in München, ja, dann ist er es wert, dass du zu ihm aufschaust beziehungsweise dann erst ist es sich dieser Mensch wert, dass du wieder Kontakt mit ihm aufnimmst. Es gibt sehr viele Männer, die diese Gedankenkonstrukte hegen. Auch wenn es niemand zugeben wird, wenn du es zugibst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass viele Männer so denken und es kann hier eben gut der Fall sein, dass auch er dies eben dachte, er muss jetzt in den nächsten Jahren, Monaten hier möglichst viel anhäufen, damit du ihn überhaupt als eine wertvolle Person wahrnimmst. Weil hier war, hier hat dich jemand auf jeden Fall auf den Sockel gestellt. Also hier idealisiert dich auch jemand aus der Kontaktlosigkeit heraus, ja. Hier ist aber jetzt einfach etwas geschehen. Also hier wird jetzt ein Shift passieren, auch mit dem Ast der Schwerter und eben auch mit diesem, mit dem Zeitpunkt und auch mit der, mit dieser Führung in diese Zeitlinie, dass eben mit dem Gehengten dieser Mensch jetzt ausgebremst wird und er sozusagen vielleicht auch durch Umstände oder Impulse im Außen auch gespiegelt bekommt, dass es auch wichtig ist, wie man innerlich ist und nicht nur, wie jemand im Außen aussieht oder was er eben zu bieten hat an Finanzen oder materiellen Umständen, ja. Ich sage das ja so oft, was bringt dir denn der schönste, attraktivste und reichste Mensch, wenn er seinen Mund aufmacht und du einfach am liebsten nach dem ersten Satz wegrennen würdest, weil du einfach merkst, wie dumm dieser Mensch eigentlich ist oder wie ungebildet und dass er das nicht mal hinbekommt, einen richtigen Satz auf die Kette zu kriegen, ja. Und das Geld vielleicht von seinen Eltern übernommen hat, weil die vielleicht mal Millionäre waren oder was weiß ich, aus anderen Gründen es irgendwie geschafft hat, im Arbeitsleben sich hier was zu, hier irgendwie sich was aufzubauen. Aber was bringt es dir denn? Und außerdem beachte auch immer, dass Schönheit und Reichtum eben auch jederzeit vergänglich sind, ja. Und das Einzige, was halt wirklich bleibt, sind die inneren Werte. Und das möchte dir der Gehängte hier näher bringen, indem du hier einen Perspektivwechsel bei dir vornehmen wirst, ja. Dazu wirst du eben geführt über einen längeren Weg. Also definitiv war das so, dass hier sehr viele Zeitverzögerungen auch auf der männlichen Seite hier vorgekommen sind oder auch im Kontext in eurer Verbindung hier. Und dass aber jetzt erst in den letzten Monaten sich hier vielleicht durch eine Behandlung, durch Impulse, durch Chancen, durch ein Gespräch mit einem Mensch oder eben auch durch deine eigene Gedankenwelt, du dir, du erkannt hast, dass es eben, wie gesagt, um mehr geht, als nur um Materie, ja. Sondern, dass es hier eben wirklich darum geht, dass eure Seelen miteinander verbunden sind. Und vielleicht ist diese Person hier auch darauf gekommen, weil er sich denkt, wieso kann ich denn diese Frau hier einfach nicht vergessen? Warum muss ich denn nach Wochen oder Monaten oder vielleicht sogar Jahren immer noch an diese Herrscherin hier denken? Und das liegt einfach daran, weil ihr auf Seelenebene verbunden seid. Ihr habt eine Seelenverbindung miteinander. Vielleicht seid ihr ja sogar Dualseelen, wenn du jetzt hier zu diesem Video gefunden hast. Und dann ist es natürlich, dann löst es natürlich in dir einen Konflikt aus zwischen Herz und Verstand, weil dein Verstand hier immer wieder sagt, das ist doch Quatsch, das ist doch Bullshit. Du bildest dir das nur ein. Hör nicht auf dein Herz. Und dein Herz sagt aber, ich will zu dieser Frau, ich vermisse diese Frau, ich liebe diese Frau, ich will mehr von dieser Frau, ja. Und das ist hier sozusagen diese, diese Inkoherenz, die hier bei dir entstanden ist, beziehungsweise eben dieser innere Konflikt, der sich hier ganz deutlich zeigt. Und jetzt ist eben genau der richtige Zeitpunkt dafür da, dass hier jetzt eben auch aufeinander zugegangen wird. Weil ihr bewegt euch sozusagen, vielleicht auch sogar ungewollt, wieder aufeinander zu. Das kann auch sein, dass ihr euch durch Zufall jetzt im Außen treffen werdet. Das kann super gut sogar bei diesen Karten hier der Fall sein, ja. Wir haben hier schließlich auch noch zwei Asse. Und diese unfassbar krasse Kartenkombination, die ich so noch nie gezogen habe, ja. Und, ja, dass ihr euch halt einfach im Außen durch Zufall über den Weg fallt nach Jahren, dass ihr auf einmal, dass er sich hier jetzt berufen fühlt, sich bei dir zu melden oder dass du dich bei ihm meldest, ja. Und wenn ihr in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft seid, dann ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür da, damit man sich emotional auch wieder dem anderen nähert. Vielleicht wart ihr hier in einer recht kühnen, verstandesorientierten Phase, wo es eben vielleicht für ihn darum ging, Masse zu machen in Sachen Geld. Vielleicht für dich darum ging, dir überhaupt mal Gedanken zu machen, wie soll es denn in deinem Leben weitergehen. Vielleicht hast du ein, zwei Kinder bekommen, warst irgendwie nur Mutter und du möchtest jetzt aber auch deine Karriere hier wieder pushen, ne. Aber letztendlich führen jetzt wieder eure beiden Wege zueinander, ja. Weil wir haben jetzt das perfekte Timing. Okay, meine Lieben, ja, das ist ja eine sehr, sehr spannende Woche, eine mega schöne Legung. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn das der Fall ist, dann zeigt mir das doch einfach, indem er mir einen Daumen hoch gibt oder schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten, falls du meinen Channel noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du dies hier in der Mitte noch mal tun. Und wenn du da noch auf die Glocke aktivieren gehst, wirst du auch über jedes neue Video, welches ich hochlade, informiert. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle kommende Woche. Lass es dir gut gehen. Lass dich voll in den Flow deiner Gefühle rein. Auch du, lieber Herrscher. Und ja, schaut einfach, welche magischen Begegnungen euch jetzt der richtige Zeitpunkt eben weisen möchte. Alles, alles Liebe. Namaste. Bis hier. Bis hier.